Hey Leute, ich bin's David von RetroArea. Heute haben wir mal wieder ein kleines Video für euch. Und zwar geht es um RetroArea Reworked. Wie ihr wisst, haben wir RetroArea Reworked, wo wir einfach bestehende Stoffe nehmen oder alte Kleidungsstücke und aus denen was komplett Neues nähen oder customizen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen nach hinten. Wie ihr seht, trage ich hier eine Carhartt-Weste, die ich sehr gerne trage und super gern auch zu anderen Pieces kombiniere. Das zeige ich euch jetzt dann auch gleich. Das Wichtige dabei ist, dass wir die Carhartt-Weste komplett aus zwei alten und viel zu großen Carhartt-Workwear-Pants genäht haben. Wir haben in einem sehr aufwendigen Verfahren die Pants auseinandergenommen, wieder zusammengenäht, dass wir größere Stoffbahnen haben, ein Schnittmuster verwendet und dann diese Westen hier genäht. Die gehen jetzt langsam online. Wir haben nur eine ganz limitierte Anzahl davon. Es werden auch welche im physischen Store in der Philippine-Weser-Straße 7, im RetroArea-Store, aufgehängt. Wichtig zu wissen, die Westen sind eben aus zwei Hosen genäht und werden 64 Euro kosten. So schaut es ungefähr aus. Ich zeige euch genau jetzt, wie man die Westen eben nicht nur mit einem Hoodie kombinieren kann, sondern auch mit einer Pufferjacke in einem ganz anderen Look. Ich zeige euch genau jetzt, wie man die Hosen genäht, wie man die Hosen genäht hat.